Musik Hier beginnt jeder Arbeitstag für den jungen, innovativen Kunstschmiedemeister Christoph Rossmann mit dem Entfachen seines Schmiedefeuers. Der erste Schritt zur perfekten Umsetzung beginnt mit der genauen Planung. Nach dieser kann nun das hochwertige Eisen im heißen Schmiedefeuer bearbeitet werden. Ab jetzt braucht der Meister der Kunstschmiede seine ganze Muskelkraft. Doch bis zur Fertigstellung ist es noch ein langer Weg. Am Werkstück werden nun jahrhundertalt bewährte Fertigungstechniken angewandt. Es wird gehämmert, gelocht, gespalten, geschlichtet und feuergeschweißt. Es dauert Stunden und Tage, bis die Meisterstücke zur Vollendung gelangen. Und daran liegt auch die Kunst und die Herausforderung dieses Berufes. Immer wieder werden neue Ideen geboren und jeder individuelle Kundenwunsch kann erfüllt werden. Musik Musik Es entstehen in der Kunstschmiede Rossmann nicht nur wunderbare Einzelstücke, sondern in Zusammenarbeit mit der Schlosserei und der Lackiererei wird alles hergestellt, was Unternehmen, Häuselbauer, Burgen und Schlossbesitzer sowie öffentliche Einrichtungen sich so wünschen und benötigen. Musik Einen Namen hat sich Christoph Rossmann durch eine ungewöhnliche Idee geschaffen. Er schmiedet nicht nur im heißen Feuer, er designt auch heiße Dessous, die er auf diversen Modeshows präsentiert. Musik Ein spezieller Kundenwunsch ist der Keuschheitsgürtel für den treuen Mann. Die Kunstschmiede Rossmann ist auch auf vielen Events vertreten. Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.